6. Paradoxe Wahrheiten des Lebens, die du lernen solltest, bevor es zu spät ist. 1. Die lautesten Gedanken kommen in den leisesten Momenten. Verstehe, dass Stille nicht leer ist, sondern voller Antworten steckt. 2. Die selbstbewusstesten Menschen sind oft die bescheidensten. Bescheidenheit bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken, sondern nur weniger an sich selbst zu denken. 3. Wahre Schönheit findet sich oft in unseren Unvollkommenheiten. In allem ist ein Riss, so kommt das Licht hinein. 4. Wir gewinnen Kontrolle über unser Leben, indem wir akzeptieren, was wir nicht kontrollieren können. Glück bedeutet, loszulassen, nicht mehr zu wollen und das Leben für alles zu feiern. 5. Heilung beginnt, wenn wir unseren Schmerz akzeptieren und nicht, wenn wir uns dagegen wehren. 6. Du kannst dich nur ändern, wenn du dich so akzeptierst, wie du bist. 6. Du kannst dich nur ändern, wenn du dich so akzeptierst, wie du bist.